hallo leute der sozi heute ist vatertag und die vatertags präsente im shop vom castle clash waren sehr sehr großzügig da habe ich mir gedacht ich riskiere es wieder mal ich lade eine kleinigkeit von 23.000 games auf und versuche mich wieder im kisten öffnen und truhen öffnen und hoffe wie immer auf den warlock so wie es funktioniert das wisst ihr sicher ihr kauft 1400 games und dafür dürfte eine kiste öffnen ich habe jetzt wieder zwölf versuche zur freien verfügung ja dann würde ich sagen wir starten einfach mal mit der kiste ganz außen arbeiten schön langsam vor als nächstes glaube ich nämlich die rote kiste ja wunderbar da nehme ich noch mal eine rote kiste so oh wey oh wey also das ist so 55 schad 200 games also ich kriege einen haufen games ja dann hat wohl jemand seinen dritten multanica kriegt wunderbar so war nicht wirklich der warlock dabei aber ein erneuter multanica den man doch immer wieder gut brauchen kann so dafür sind jetzt die games auf 24.000 angestiegen so was mache ich mit dem molta ich werde ihn auf alle fälle mal nutzen und ihr seht ich habe noch ein haufen 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 wo ist die karte ist die karte und ich werde es auf alle fälle jetzt mal aufmachen und gucken was der für ein schönes talent drauf hat kein tolles talent aber ich schließe mal ab aber ich werde schon eine verwendung dafür finden mir ist der multanica lieber als mein zwölfter paladin also werde ich ihn wahrscheinlich gegen einen paladin ersetzen und hochziehen ja das war es mal vom truhe öffnen aber ihr könnt euch auf alle fälle freuen ich habe noch wie ihr seht 24.000 games zur verfügung ob ich die heute verrollen werde oder erst wenn es mein lieblings event gibt das event nach dem event mit den 2000 verbrauchten games eine truhe zu öffnen das überlege ich mir noch aber normalerweise sollte dann morgen das event mit den aufgebrauchten games kommen weil das ist immer so einen tag differenz ja mal schauen wie ich lust und laune habe aber ich denke eher morgen ja das war es auf alle fälle mal vom event mit dem truhen öffnen ihr habt gesehen einen multanica gekriegt ist mein dritter multanica oder vierter sogar ja freue mich trotzdem aber warlock wäre mir lieber gewesen aber ich habe ja noch genug zum rollen vergesst nicht nehmt beim gewinnspiel teil da ich verlinke es unter dem video noch einmal und natürlich auch wenn man das video startet wird es ganz ganz groß draufstehen hier klicken abonniert den channel legt den channel legt das video schert das video informiert eure freunde es gibt auf meinem channel sehr sehr viele gewinnspiele es kommen jetzt auch einige mehr dazu von 23 separaten anbietern aber die verlose ich dann bei mir auf dem channel das war's tschüss